hi in diesem video geht es um diesen gartenstrahler das ist ein rgb cct led gartenstrahler mit zigbee und was an dem so interessant ist wie man ihn einrichtet das gucken wir uns jetzt genauer an ich habe den gartenstrahler jetzt schon einmal vorbereitet und das besondere an ihm ist dass er durch seine zigbee kompatibilität mit der philips hue app steuerbar ist und genau das machen wir jetzt wir lernen das mit der philips hue app einmal an wechseln in die mobile ansicht einmal geöffnet philips hue app öffnet sich und wir gehen unten in den grundeinstellungen auf einstellung dann auf lampeneinstellung und wollen natürlich eine lampe hinzufügen und suche so dann brauchen wir natürlich strom an der stelle sonst kann nicht gefunden werden einmal strom an lampe leuchtet wechselt in den grünen zustand und da haben wir sie auch schon gefunden extended color light 1 die ticken wir jetzt einmal kurz an genau wunderbar und dann gehen wir wieder zurück jetzt in zimmereinstellung und gehen ins wohnzimmer weil wir sagen wir möchten das gerne im wohnzimmer anlernen und fügen die dem wohnzimmer dazu kann natürlich überall anders auch hinzugefügt werden in dem fall haben wir aber das so gewählt wechseln auf zu hause und gehen dann ins wohnzimmer hinein so dass dann das extended color light one das kann man an und aus machen aus und wieder an und selbstverständlich kann man es da auch schon dem sehr schöne funktion zack einmal runter und wieder hoch wunderbar jetzt gehen wir mal die farben rein und wechseln da einmal so schön im fahrkreis lang ins blau lila weiter ins rot genau und dann ins gelb und das schöne an dem rgb cct ist natürlich die warmweiß kaltweiß geschichte da gehen wir einmal rein wechseln oben und jetzt können wir natürlich wunderbar zwischen dem kaltweiß und dem warmweiß wechseln ja so dass man je nach stimmung sich das wunderbar anpassen kann und ja das war es an der stelle eigentlich schon das ist alles was man damit machen kann auch hier könnte man selbstverständlich dem das erspare ich euch an der stelle so war erstmal durch unter umständen kann es vorkommen dass der gartenstrahler nicht gefunden wird in der app dann kann man aber mit einem wunderbaren trick die lampe wieder zurücksetzen und das machen wir jetzt einmal nämlich indem wir fünf mal den stromkreislauf trennen im angeschalteten zustand fangen wir an das ist das erste mal das zweite mal immer schön darauf achten dass die lampe einmal kurz aufleuchtet dass man weiß okay der stromkreislauf wurde getrennt nummer drei und nummer vier und beim fünften mal zack genau leuchtet die lampe blinkt die lampe auf und dass das zeichen dafür dass es mit dem reset geklappt hat und jetzt ist es quasi auf werkseinstellungen zurückgesetzt und in der app sollte die lampe dann definitiv auch gefunden werden wenn ihr das video zu dem gartenstrahler gefallen hat dann würde ich mich natürlich sehr über ein like von dir freuen ansonsten gerne anregungen und kommentare unten rein und sehr gerne natürlich auch meinen kanal abonnieren weitere news und trends und insights aus der led szene hier bei mir auf dem kanal jetzt klicken ciao